Was ist das? Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne, wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Ich mache mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich verstecke mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.